Bairaga Nathasana, auch bezeichnet als Vairagya Nathasana, ist die Stellung der meisterlichen Entsagung. Hände auf dem Boden und beide Beine nach hinten ausgestreckt. Hände etwas schulterbreit auseinander. Beuge das rechte Knie und gib den Fuß von vorne nach vorne und gib dabei den Oberschenkel auf den Oberarm. Den Fuß zwischen die Hände und schaue dabei nach vorne. Bairaga Nathasana ist letztlich eine der Variationen der Eidechse.